Heute zeigen wir euch, wie man ohne bei Xbox Live ein Melden zusammen spielt. Also man drückt einmal auf Spielen und der Mitspieler muss das gleiche Internet haben. Dann drückt einer auf Freunde und der andere drückt auf eine Welt. Weil neben mir sitzt jemand, der wo gerade mit mir online ist. So. Jetzt ist die Stacy heißt der Spieler und die Welt heißt City und das ist ein Spieler auf der Welt. Dann drückt man hier drauf und dann wird man hinein teleportiert. Sag ich mal. Also. Also ja und wenn jetzt zum Beispiel ja. Ich bin jetzt hier gespawnt. Vor einem Gefängnis. Bedrock kann man nicht abbauen. Und dann wollen wir mal ähm 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 dann verlässt jetzt der andere Spieler mal die Welt. Dann passt auf was dann passiert. Jetzt werde ich von dem Server gekickt. Ab per s chim weiter. Ich bin jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020